Dö, 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 Alav, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Jetzt denken sich wahrscheinlich etliche, die aus anderen Teilen der Republik kommen, was ist denn jetzt schon wieder los, was hat der Brilli denn da schon wieder für Pillen genommen? Leute, es ist Weiberfastnacht, es ist Karneval und in meiner Region wird das sehr, sehr hart gefeiert. Und jetzt um 12 Uhr, wo ihr das jetzt schaut, bin ich wahrscheinlich schon in anderen Ländern unterwegs. Das Wetter soll ja Bombe werden. Aber natürlich gibt es trotzdem eine Folge, die Parkshow. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute sind wir zu Gast im Movie World. Also mal wieder ein Filmthema, ich bin gespannt. Hatten wir jetzt in letzter Zeit häufiger, unter anderem natürlich auch der gute NPC von zwei Folgen. und wir sind zu Gast, ja im Movie World sagte ich bereits, aber beim Ersteller, Rowdy Wanderweken. Ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Es ist ein Holländer, so wie es eben viele Erbauer von Planet Coaster sind. Und ja, deswegen, das ist immer so, wenn Holländer irgendwas machen, dann ist die Messlatte irgendwie sehr weit oben. Ich weiß nicht, was die haben mit ihren Parks tatsächlich. Irgendwie ist in Holland dieses Freizeitpark-Thema irgendwie weiter verbreitet als in unseren Landen. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was uns hier heute erwartet. Er hatte mir einen Kommentar hinterlassen, dass ich mir mal seine Parks anschauen soll. Vielleicht ist da ja mal was dabei. Und ich fand von den Parks, die ich mir jetzt über die Bilder angeschaut habe, fand ich den hier am besten. Der sah auf jeden Fall am größten aus. Und der hatte auch einen coolen Park Rainbow Pier, könnt ihr euch ja mal angucken. Der ist halt nur zu klein für eine Parkshow, da ein bisschen drei Minuten durch. Und deswegen gucken wir uns jetzt seinen Movie World an. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen älter, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als das Studio Pack kam. Natürlich ein bisschen danach. Und wir sehen hier den Gang durch den Tunnel und direkt mal ins volle Grün hinein. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal schön. Und hier ein kleiner Aussichtspunkt ohne Aussicht. Guckt mal gegen die Wand. Aber es zeigt uns schon mal, wie der Park heißt. Nämlich Movie World. Und wie High es heißt hier direkt Gassa und Welcome. Und da sind wir natürlich mittendrin in den Niederlanden. Ich bin gespannt. Und wir können auch noch mal gucken. Und hier drüben auch wieder eine große Parking Area. Hier natürlich. Und auch alles in diesen blau-weißen Laternen. Und ich glaube, Ampeln, sind die nicht auch blau-weiß in Holland? Oder schwarz? Ist schwarz-weiß? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, es ist ja auch nicht weitertragend. Auf jeden Fall hier ein Riesenparkplatz und ein Riesenweg, wo die Autos herkommen. Was steht da hinten? Ah, irgendein Tunnel. Der Cremetunnel. Der Cremetunnel ist hier. Und hier kann man, wie gesagt, schön eine Runde parken. Und wir gehen aber wieder zum Eingang. Denn das interessiert uns natürlich. Der sieht wie folgt aus. Zwei kleine Häuschen. Wir können hier unsere Tickets holen. Also offensichtlich gab es da doch wahrscheinlich die Shops schon. Aber er hat es in dieser Form gemacht. Mit diesen Ticketschaltern hier. Warum auch nicht? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der opulent ist, der Eingang. Aber er ist schön. Und er ist jetzt nicht irgendwie ausufernd. Aber er ist trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Hier auch mit dem Logo, was wir jetzt schon zwei, dreimal gesehen haben. Hier vorne und beim Parkplatz. Mit dieser Filmklappe. Sehr, sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Sieht sehr schön aus. Und dann geht man hier in das Movie World. Yeah. Und direkt schöne Musik. Und wir sind jetzt hier. Ich würde das jetzt nicht Main Street nennen. Ich würde das einfach so Main Plaza nennen. Also ringsherum schöne Gebäude. Schön mit dem 3D-Effekt gearbeitet. Auch hier mit so Säulen. Und in der Mitte schöner Brunnen. Das gefällt mir. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist die Struktur dieser Wände hier. Das sieht mir einfach, das sieht halt nach 70er Jahre Plattenbau aus. Das ist einfach die Wand. Also da würde ich einfach eine andere Wand nehmen. Das sieht einfach scheiße aus. Dieser Beton gefällt mir halt einfach nicht. Das liegt auch daran, meine Schule, das Kardinal Frings Gymnasium. In Bonn war das damals. Ja, eine erzbisthymische Schule. Ich, what the fuck. Ja, da habe ich gelernt, gegen Religion zu sein. Weil ich seit meinem Leben lang hatte ich Religion. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war dieses Gebäude vom KfG komplett auch aus solchen Betonwänden. Und es war einfach so hässlich. Es ist die hässlichste Schule der Welt. Und da fragt man sich übrigens auch, was die mit den ganzen Kirchengeldern machen. Das ist eine Frechheit eigentlich, dass die die Kinder in so einem Plattenbau unterbringen. Aber, naja, vielleicht bin ich deswegen ein bisschen geschädigt. Und finde das halt hässlich. Also, tut mir leid. Also, das kann man einfach schöner machen mit anderen Wänden. Aber wem es gefällt, okay, bitte. Hier drinnen wiederum sieht es ja ganz schön aus. Das hast du sehr schön gemacht. Hier mit den Pflanzen und Spalampe. Alter, ist das laut für mich selber. Ich muss mir das gerade mal ein bisschen leiser machen. So, dankeschön. Jetzt kann ich auch wieder befreit reden. Was steht da? Totsiens. Auf Wiedersehen, heißt das das? Das heißt Totsiens oder Totsiens. Auf Wiedersehen? Habe ich auch noch nicht gehört. Naja. So, hier gibt es schön Pizza. Hier gibt es viel allerhand gibt es hier zu essen und zu trinken. Sehr schön hier. Natürlich auch ein Souvenirshop. Und man wird dann quasi schon in diesen Jurassic Park geleitet. Aber den werden wir nicht betreten. Und das sieht schon mal sehr, sehr imposant aus, wie ich finde. Auch sehr, sehr geil gemacht. Hier mit diesen elektrischen Zäunen, die hier drum sind. Das sieht da sehr, sehr geil aus. Wir haben ja schon den einen oder anderen, schon lange nicht mehr, das stimmt. Aber am Anfang der Parkshow hatten wir einige Parks. Unter anderem, glaube ich, auch den vom Modern Consumer. Der hat ja auch so einen Jurassic Park Bereich. Und da bin ich natürlich mal gespannt, ob wir da Vergleiche anstellen können, welcher denn der beste Bereich ist. Der hier ist auf jeden Fall schon mal herausstechend, weil er echt einfach mal diesen riesigen Elektrozaun um sich hat. Und ich finde, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus, auf jeden Fall. Das macht schon mal ordentlich was her. Und Enkelpersonal. Okay. Im Holländischen ist Enkel wahrscheinlich was anderes. Naja. Es ist einfach eine komische Sprache. Ja, mei. Frikandel. Vanillefla. So, jetzt habe ich den Zorn der Holländer auch wieder auf mich gezogen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Damit komme ich klar. So, was haben wir denn hier? Natürlich einen Ausgang und Toiletten. Was denn für ein Ausgang dann? Doch, nicht von den Toiletten. Was ist denn das für ein Ausgang? Finden wir das noch raus? Ist das eine Achterbahn oder was? Oh, ja. Es ist auf jeden Fall irgendwas. Na, es ist, glaube ich, der Parkexper. Was ist es denn? Back to the future. Äh, keine Ahnung. Was ist irgendwas? Vielleicht finden wir den Eingang ja gleich. Let's see. So, hier haben wir Frankenstein. Also auch so ein wilder Ritt hier durch die verschiedenen Themengebiete irgendwie. Also hier jetzt so ein bisschen spooky angehaut. Wir könnten ja mal dunkel machen. Können wir direkt mal gucken, ob er auch ein bisschen was mit Lichtern gemacht hat. So, machen wir das mal dunkel. 23 Uhr hier am Stüssel. So, machen wir das mal wieder weg. So, dann können wir mal gucken. Hier jetzt den Fastpass. Es scheint mir ein Darkride zu werden, oder? Ah, nein. Es ist dieses komische Fasting hier. Sehr schön gemacht. Einfach mal ein bisschen spooky. Zumindest hier am Eingang. Hier ist an sich jetzt hier, ist es eher weniger spooky. Hier hätte ich mir dann vielleicht doch noch ein paar Geister gewünscht. Oder irgendwie was, was es noch ein bisschen spookier macht. Aber gut, das soll jetzt keiner Kritik würdig sein. So, machen wir die Zeit mal wieder aus. Wir sind gerade sowieso in der Nacht. Alles klar. Ah, hier. Back to the Future. Das ist also ein Ride. Und den wollen wir uns natürlich angucken. Schauen wir mal. Also sehr, sehr schön. Auch hier sehr cool gemacht, dass es auch die Warteschlange gethemt ist. Nennen wir den Helm an von der Robot. Also nimm den Helm auf, sagt der Roboter. Würde ich jetzt mal so sehen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Ah, Leute. So. Ah, dann sind wir hier schon. Dann sind wir hier schon. Ach so. Jetzt ralle ich das. Das ist so ein, so ein nach hinten gekrümmter Schieß-mich-tot-Coaster. Ach du Jemini. Da gibt es mega Speed jetzt hier, oder was? Da fahren wir mit. Äh. Oh Gott, ein holländischer Name. Mikkel. Mikkel. Ist kein holländischer Name, ich weiß. Ist mir egal. Mikkel drückt jetzt hoffentlich für uns das Knöppchen. Und dann können wir eine Runde fahren hier. Mit dem Speed-Monster. Was ist da los? Worauf warten wir hier? Ist das nicht auf Test? Ich glaube, es ist nicht auf Test. Kann das sein? Ne, es ist auf U. Dann machen wir es jetzt auf Test. Und gehen nochmal rein. Und dann sind wir mal gespannt, wie schnell wir hier beschleunigen. Das hatten wir doch nicht oft, so ein Coaster. Ich meine, in der Parkshow tatsächlich nur ein einziges Mal. Leute, und jetzt geht es hier ab. Jetzt geht es hier ab. Sehr schön gemacht. Mit diesem Tunnel. Ja, und man kann, man erfährt quasi schon, wie schnell man hier gerade ist. Alter Vater. Und dann geht es jetzt hier nach oben. Und dann fliegt schon das, hier der... Ach Gott, wie ist das Auto denn von Back in the Future? Back to the Future. Back in the Future. Ich kenne mich damit nicht so aus. Tut mir leid. Wie heißt denn nochmal dieses Auto? Das müsste ich aber eigentlich wissen. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Aber sehr, sehr cool gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Natürlich ist jetzt bei diesem Coaster jetzt irgendwie... Kann man nicht bewerten, wie realistisch oder so der Coaster an sich ist. Es ist halt nur eine Beschleunigungsstrecke. Und dann geht es nach oben und wieder zurück. Aber das Streaming gefällt mir sehr, sehr gut hier. Mit den Lichtstreifen, die hier lang gehen. Das macht natürlich sehr, sehr viel her. Speed kann man natürlich ein bisschen einstellen. Aber war natürlich vollkommen legitim. Also da gibt es ja jetzt nicht großartige Variationen, denke ich mal, unter diesem Coaster-Tool. Also von daher, geiler Coaster, was das Streaming angeht. Und natürlich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und hier führt offensichtlich der Parkexpress entlang. Wie immer ein bisschen gefährlich ohne Schranken. Aber gut. Und sehr, sehr viele Toiletten, muss man sagen. Sehr, sehr viele Toiletten. So, hier ist nochmal ein Personalraum. Also das Personal wird hier ganz groß geschrieben. Also die haben hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich auszuruhen und ein bisschen was zu essen. So, und jetzt kommen wir hier ins Adventure Valley. Und da gucken wir nochmal, was uns hier erwartet. Irgendwie ist das Adventure Valley ein bisschen orientalisch angehaucht, wenn ich das so richtig sehe. Ist das so? Ich weiß es nicht. Es sieht irgendwie so ein bisschen danach aus. Ich finde das sehr, sehr schön. Also an sich würde ich, wenn ich jetzt nur so ein paar Gebäude hiervon hätte, würde ich sagen, die sind ein bisschen klobig und da könnte noch was dran. Könnte hier so ein kleiner Überdach oder was auch immer sein. Dadurch, dass es aber jetzt so viele sind und hier so viele Wege auch sind, die irgendwie rechts und links gehen. Verschiedene Attraktionen offensichtlich. Finde ich, finde ich das schon wieder okay. Da finde ich das schon wieder, da passt das schon wieder. Das sieht jetzt dann doch nicht so klobig aus. Das ist wie so eine kleine Orientstadt irgendwie und das gefällt mir dann wieder sehr, sehr gut. Und was haben wir hier? Natürlich einen Ausgang. Was haben wir hier? Natürlich auch einen Ausgang. So, dann gucken wir mal weiter. Auch hier natürlich 3D-Effekt. Hier einfach mal so rein. Hier auch. Sehr, sehr schön. Das ist alles legitim und das gefällt mir dann wiederum. Was mir hier jetzt nicht so gefällt, ist das Geländer von dieser Warteschlange. Das passt irgendwie einfach überhaupt nicht in das Orient-Thema. Aber ansonsten hier. Das sieht mega cool aus. Mit dieser Sternenkulisse. Das finde ich sehr, sehr schön. Das können wir uns gerade nachts angucken, bitte. Und da sieht man wahrscheinlich, ja, noch ein bisschen sieht man den Übergang zum richtigen Himmel. Aber ich finde das sehr, sehr cool gemacht. Hier hinter so ein 1001-Schloss, ja, Aladin und die Wunderlampe hier sehr, sehr gut umgesetzt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch, dass man dann hier auf der Seite dann die Gebäude hat. Das ist schon echt schön. Also, da fühlt man sich, glaube ich, wohl, wenn man hier mitfährt. Und auch, ja, also echt, echt gut gethemt. Also, toll. Das gefällt mir. Wie gesagt, das gefällt mir irgendwie nicht. Das passt halt nicht in Orient. Vielleicht da einfach mal ein anderes Geländer noch für die Warteschlange aussuchen oder einen anderen Warteschlangenbereich. Und dann passt das auch. Weitere Toiletten, also wirklich viele Toiletten in diesem Park. Alter Vater, die lassen ja hier Wasser, mein lieber Scholli. Adventureland geht dann hier innerhalb des Adventurelands offensichtlich dann vom Orient hinüber. Wo ging es eigentlich in den Autoscoo da rein? Muss doch hier auch gewesen sein. Ah, hier. Hier geht es in den Autoscoo da. Hier nehme ich schöne Autoscoo da auch. Finde ich, na, ist halt ein Autoscoo da, ne. Ob der jetzt so in den Orient passt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Da ringsrum ist Orient, ja. Und deswegen, why not? Ja, das passt, finde ich. Kann man machen, definitiv. Und, ähm, ja, also sehr, sehr schön, wie gesagt, finde ich den Bereich. Und dann geht es, wie gesagt, innerhalb des Adventure Valleys vom Orient in die Piratenstadt offensichtlich. Und die ist wirklich mal ordentlich groß. Und oh, da hinten ein Riesencoaster. Ein riesiger Coaster. Und hier schönes Kinderfahrgeschäft natürlich da. Und sehr, sehr viele Fords. Ja, also, ein, oder vielleicht ein großes, ach, es ist ein Hotel. Es ist ein Piratenhotel. Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage nach Realismus. Würde so ein Piratenhotel aussehen? Ich würde, hätte da eher die anderen Wände genommen. Es gibt ja zwei Piratenwände. Einmal hier die Vorwände und einmal diese, ähm, helleren, Stuck-ähnlichen Wände. Ich glaube, so ein Hotel wäre eher aus diesen Stuckwänden und hätte auch nicht so Gefängniszellenwände, äh, Fenster. Ähm, das mag zwar, äh, cool sein für den einen oder anderen, aber in einem Park, glaube ich, wäre das vielleicht nicht so das Richtige, dass das halt wirklich aussieht wie im Vor, dieses, ähm, Hotel. Äh, von daher weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Ich finde es sehr schön. Es ist richtig, richtig piratenmäßig hier. Das definitiv hier, so ein kleiner Marktplaza, sehr, sehr cool gemacht, wo die Leute eigentlich gar nicht hingehen, sondern nur wir. Und dann hier so kleine Piratenhäuschen. Also, wie gesagt, ich finde halt nur die Fenster könnte man vielleicht ändern. Ansonsten kann man das ja auch gerne lassen mit den, also das ist sehr schön hier. Das gefällt mir ja einfach, so richtig schön klein. Ähm, und dann sind das vielleicht einzelne Häuser für so vier bis acht Personen oder sowas. Why not? Hier ist sogar eine Tür dran. Ist die da dran oder hat der die da dran gemacht? Man weiß es nicht. Das ist der, äh, der Bock von der Achterbahn hier. Ähm, sehr, sehr cooler Bereich auf jeden Fall. Also dieses Hotel an sich. Also, wie gesagt, das kann man so machen. Ich weiß halt nicht, ob das so realistisch ist, ob das wirklich gemacht werden würde. Ich glaube, da wollen die Leute dann doch eher so ein bisschen Extravaganz haben. Und, dass es halt so ein bisschen feiner und schöner ist, als jetzt so Vordinger mit so Gefängniszellen. Ähm, aber gut. Es ist Watson auf hohem Niveau. Es ist auf jeden Fall, das, was du hier gemacht hast, hast du sehr, sehr schön umgesetzt. Das ist richtig, richtig fein hier. Screenshot würdig. Mal wieder. Sehr, 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 sehr schön. Das gefällt mir. Und dann geht es hier runter. Und man sieht schon, es ist sehr grün. Es ist piratenmäßig. Alles da. Einfach wunderbar. Was haben wir hier? Hier ein Pirate Life for me. Aha. Und hier? Ah, hier haben wir ein Restaurant. Aber ein großes Gebilde hier. Hier kann man sich hinsetzen. Und das ist sehr passend, ja. Oh, sogar mit kleinen Kinderspielplatz drin. Ja. Das Piratentuin. Der Piratentuin. Was ist denn Tuin? Piratentuin. Tünn. Der Piratentünn. Ja, sehr, sehr geil. Bällebad hat er gemacht. Wie cool ist das denn? Mit sehr großen Wellen. Ein Ballenbad. Ein Ballenbad. Hier das Verkleiden. Ja. Immer machen. Und jetzt beklimmen. Nicht besteigen hier das Teil. Ja. Liebe Kinder. Draußen. Sehr, sehr cool gemacht. Hier so ein kleines. Und natürlich hier kleine Automaten. Das gibt es in Holland ja auch überall. So kleine Spielhallen. Und ja auch hier mit dem Piratenschädel hier. Sehr, sehr cool. Gefällt mir hier drin. Richtig gut. Ein richtig schönes kleines Restaurant. Wie man das aus Holland irgendwie kennt. Spielhalle. Spielplatz. Also richtig viel zu machen für die Kids. Und die Erwachsenen können sich hier schöne Pommes mit Frikandel reinstopfen. Sehr cool. Sehr, sehr. Was könnte Enkel bedeuten? Personal. Enkel Personal. Nur das Personal. Also nur für Personal. Vorsicht Personal. Nee. Enkel. Ausschließlich Personal. Ich habe keine Ahnung, was Enkel bedeutet. Naja. Okay. Ist ja auch nicht schlimm. In der Nummer auch kein Niederländer. Also. Sehr, sehr cool gemacht dieses Restaurant. Gefällt mir richtig gut. So. Was ist das jetzt hier? Ein Pirate Life for Me. Auch hier. Natürlich hat er wieder dieselbe Warteschlange genommen. Nimm da einfach mal eine andere. Da gibt es ja noch ein paar zur Auswahl. Ich finde, dann passt das einfach ein bisschen besser. Zu dem ganzen Thema. Hier schöner Holzboden rein. Ja. Bei der Warteschlange. Und dann ist das alles hier legit. So. Da guckt man mal. Hier geht es. Hier kleint man erstmal das vor hoch. Und natürlich alles getheamt. Also das ist alles aller Ehren wert. Richtig, richtig fein. Oh. Hier geht man ja richtig hoch. Also. Um hier drauf zu gehen. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Wadenmuskeln mitbringen. Oder ist gerade nicht da. Ist gerade weg. Franzje. Kannst du mal das Gelöt hier her holen? A Pirate Life for Me. Ist das Gelöt da? Nee. Jetzt ist das Gelöt da. Sehr gut. Uh. Das ist glaube ich der Mega-Coaster. Franzje. Franzje drückt jetzt mal das Knöppchen. Und ich trinke mal einen Schluck Wasser. Sonst habe ich gleich keine Stimme mehr. Danke, Franzje. Und dann geht es los. Das ist so ein Viereckscoaster. Ah. Da schauen wir uns doch mal an. Was das ist. Auf jeden Fall ein ellenlanger Lifthill hier. Der diesen. Ja. Ob der jetzt so realistisch ist. Ist natürlich ein Park. Aber ob so ein hoher Berg aufgeschüttet werden würde. Ist die Frage. Also. Ich finde das cool. Aber das ist nicht sehr realistisch. Dass so ein Klops hier einfach aufgeschüttet wird. Und ich glaube auch nicht. Also der kommt auch nicht in der Natur vor. Also von daher muss er artificial sein. Also ne. Ein künstlicher Berg. Und so hoch und so groß würde man den nicht machen. Ich finde es aller Ehren wert. Dass er versucht das Teil zu themen. Dadurch. Aber. Das ist halt nun mal ein mega krasser Hypercoaster. Und. Den kann man halt einfach mit so einem Berg auch nicht. Ich gucke gleich nochmal wie man das. Wie das von der anderen Seite aussieht. Gar nicht mal so steil geht es hier runter wie ich dachte. Aber es geht hier erstmal ordentlich runter. Und dann gehen wir weiter. Leider. Die Kurve könnte ein bisschen smoother sein. Aber ansonsten. Hier könnte man ein bisschen neigen. Das Ganze. Damit man hier so ein bisschen Neigungswinkel drin hat. Es wird hier immer schneller. Es wird immer schneller. Alter Vater. Jetzt weht einem hier schon ordentlich die Brise um die Ohren. Und dann geht es hier hoch. Und ein bisschen Airtime finden wir hier. Sehr schön. Und das ist ein sehr sachter Coaster. So hoch wie der ging. So sachte ist er. Jetzt wird gespeichert. Mega sachte einfach. Das ist ja fast schon ein Familiencoaster. Kann man auf jeden Fall mit der Familie drauf. Ich würde mir halt ein bisschen Neigung wünschen. Jetzt kriegen wir mal Neigung rein. Sehr schön. Also vom Speed her top. Also man wird hier wirklich. Man wird hier wirklich. Also das ist ja ein Familiencoaster wirklich. Also da. Ne. Sehr sehr schön. Schönes Fahrgefühl. Ich finde ein bisschen kurz. Dafür dass er am Anfang so krass hoch geht. Ähm. Finde ich ihn tatsächlich ein bisschen zu kurz. Äh. 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 Aber ansonsten. Vom Speed her ist der echt schön. Wie gesagt. Äh. Mach's einfach weg. Dass hier. Bis hierhin reicht. Und dann ein paar Bäume drauf. Und noch ein paar Forst. Und dann sieht das geil aus. Aber. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Aber halt dieses Riesenteil. Wofür? Das macht wenig Sinn. Das ist ja auch nichts irgendwie modelliertes. Das ist ja einfach nur so ein Pinökel, der hier rausguckt. Finde ich jetzt nicht so schön. Das Teil. Also das hier abschneiden und äh. Bäume drauf und ein bisschen mehr Fiemen. Dann sieht das alles richtig, richtig schön aus. Also wie gesagt, ne. Das hier zum Beispiel sieht richtig toll aus. Ich würde tatsächlich hier an diesen Bergen noch ein bisschen was machen. Bisschen mehr Pflanzen ran oder so. Weil die sehen immer so. Oder Steine einfach auch dran. Weil wenn man nur Terratool benutzt. So wie hier. Dann sieht das halt gemacht aus. Halt einfach, ne. So, so sachte sind halt keine Felsen, ne. Will ich damit sagen. Das sieht halt alles so dermaßen smooth aus. Dass das halt ein bisschen unrealistisch aussieht. Aber das kann man halt easy ändern. Indem man hier mal ein Fels reinsetzt. Da mal irgendwas macht. Ne. Hast du ja schon gemacht. Also du hast auf jeden Fall schon mal angefangen. Aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Und dann sieht es noch realistischer aus. Auch hier sehr cool gemacht. Mit dem kleinen See hier drin. Also das ist schon alles echt schön. Aber noch nicht ganz zu Ende gemacht, würde ich sagen. Nur nicht ganz zu Ende. Da geht noch ein bisschen was. Ein bisschen geht noch. Auch hier sehr schön mit den Stützen, finde ich. Das geht hier ein paar Punden noch rein vielleicht. Mega schön. Also ein toller Coaster. Wie gesagt, ich finde ein bisschen zu kurz. Also dafür, dass er hier so krass hoch geht. Und dafür hat er auch nicht den Speed, den man dann erwarten würde. Und das Gefälle, finde ich. Aber das ist trotzdem sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Hier, Pirate Station. Ah, hier hält der Parkexpress. Der Parkexpress hält sich natürlich auch in einer wunderschönen Vorstation. Also was das Theaming angeht, wirklich alles aller Ehren wert. Alles top. Alles sehr, sehr schick. Und da fehlen dann ein paar Sachen oder sind over the top. Aber why not? Kleine Karussells. Der ist immer dazwischen gepackt. Sehr schön. Pirates of the Caribbean. Was ist das haben wir jetzt hier? Pass, pass. Ah, das ist eine Wasserbahn. Eine Wasserbahn. Ja, die gucken wir uns mal an. Passt ja zum Thema, ne? Pirates of the Caribbean. Schöne... Schöne... Oh, what the fuck? Alter, ja. Okay. Alles klar. Das ist wieder dieser Bug, ey. Was haben die mit Planet Coaster denn bitte gemacht? Geht das auf? Ja. Sehr gut. Pirate Town. Und dann geht's hier schön rein. Schöne Themenfahrt hier. Alles natürlich getimed. Ah, guck mal. Und das ist echt schön. Das ist echt schön. Wenn die Boote jetzt noch gerade wären, dann wäre das echt ein feines Teil. Also, das ist ja nicht dein Problem. Was ich jetzt machen würde, als kleiner Tipp. Dreht die Teile hier. Das sieht sonst aus wie immer eine Wiederholung des selben Sterns. Dreht die, macht irgendwas. Das sieht zugleich aus so. Wenn man die immer hintereinander klatscht, sieht's einfach zugleich aus. Aber, das hier, richtig, richtig schön. Das Piratendorf hier. Hupala. Jetzt sind wir wieder zurückgegangen. So. Richtig fein. Und er hat hier sogar jetzt, glaube ich, sogar noch quasi einen 3D-Effekt. Ja, mit einem schönen... Ach, das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist richtig fein. Eine richtig schöne Piratenlagune hier noch reingebaut. Richtig groß hier alles. Hier fährt man ja quasi drinnen einfach. Hier fährt man mal hoch und dann gibt's sogar einen Splash-Moment hier drin. Da kommt das Tod natürlich ein bisschen quer. Aber das ist richtig, richtig fein hier drin. Das ist... Piratenmäßiger geht es nicht. Ja. Das ist richtig gut gemacht. Gefällt mir außerordentlich gut. Dann geht's hier sogar noch in so einen dunkleren Bereich rein. Also das ist echt eine ordentliche Themenfahrt hier. Da kriegt man was für sein Geld. Ja. Also richtig lange Bahn einfach. So, und dann geht's hier aber auch schon wieder raus. Also, das ist einfach eine große Themenfahrt drinnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Vor allem, weil man diesen riesigen Klotz einfach gar nicht sieht. Den hat er richtig schön verdeckt. Ja, wenn man hier auf der Main Street rumläuft. Auf dem Hauptweg quasi. Da sieht man davon gar nichts. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also dieses ganze Piraten-Flair hier kann man eigentlich nicht besser machen. Das sieht einfach richtig schön aus. Da will man einfach rein. Hier ist schon wieder Enkelpersonal. Vielleicht hat das Personal einfach Enkel. Und da können die Enkel von dem Personal rein. Kann ja auch einfach sein. Und ich vertue mich hier die ganze Zeit. So, hier kreuzt wieder der Park-Express, meine lieben Freunde. Oh, und hier haben wir den Frisbee. Ja, natürlich Ausgang. Ist doch klar. Jetzt sind wir aber raus aus dem Piraten-Bereich, glaube ich. Sobald wir hier durch dieses kleine Mini-Vorgehen, kommen wir hier in einen anderen Bereich. Sieht so ein bisschen... Ja, was ist das? Ein Weg hier. Wohin geht der Weg? Einfach zu einem kleinen Lagerfeuer. Darf man da lang? Hm. Die Frage. Aber wo sind wir jetzt hier thematisch? Wieder in so einer Mischmasch-Zone. Hier wieder sehr, sehr viele Sanitäranlagen. Hier. Informationen. Personal. Studio-Tram-Tour. Oha. Die Studio-Tram-Tour muss auf jeden Fall aus dem Studio-Pack sein. Gucken wir uns mal an, ob hier was passiert. Oh ja. Also hier geht es jetzt schön. Eine richtige Studio-Tour gibt es jetzt hier. Mit Zombanten. Die schießen sich hier mit den Polizisten. Ein Duell wollte ich schon sagen, aber die Zombanten schießen ja gar nicht. Die greifen wir nur so an. Schöner Panzer, der hier schon steht. Ah, toll. Also das kriegt man was zu sehen hier. Da kriegt man ordentlich was zu sehen hier. Überall. Zombanten. Sehr schön. Da ist sogar der Flieger hier. Der Hubi. Der Hubi ist hier oben. Sehr cool. Also das ist echt fein gemacht. Das ist mal eine Studio-Tour. Da kriegst du wenigstens was zu sehen. Ja. Da kommt auch die Studio-Tour an. Und ähm. Da gibt es an jeder Ecke irgendwas zu sehen. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ähm. Das ist auch realistisch, wie ich finde. Dadurch, dass die Dinger hier jetzt hier nicht komplett runtergemacht wurden. Also da achtet er schon drauf, dass das hier alles Hand und Fuß hat und relativ realistisch. Und bam. Sehr cool. Da feuert es einfach mal neben den Leuten entlang. Krasse Scheiße. Oh. Und dann geht es sogar hier in den Tomb-Rider-Bereich. Set 3, Take 9. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Meine lieben Freunde. Ah. Weiß ich auch nicht, wann ich das mal weiterspiele. Ähm. Hier auf jeden Fall sehr viele Schlangen, wie man es von Tomb Raider eben gewohnt ist. Äh. Und andere Geschöpfe. Und dann haben wir jetzt hier die Filmcrew. Fährt man auch mal durch. Sehr gut. Kann man sehen. Hier Kameras, viel Computer. Alles da. Sehr schön. Dann haben wir hier Set 4, Take 5. Also sehr, sehr cool gemacht. Das so stelle ich mir eine Studiotour vor. Ja. Nicht nur, dass man einfach durch die Themengebiete durchfährt, sondern dass man halt auch echt Kameras sieht und Equipment und Sound und was weiß ich. Ja. Das finde ich echt cool. Area 52. Okay. Hier haben wir so ein bisschen Alien und geheime Pläne der Regierung sehr schön gemacht. Und dann geht es schon, also hier gibt es wirklich viel zu sehen. Dann geht es hier nochmal so ein bisschen in diesen Piratenbereich. Man sieht hier die Stützen der Achterbahn, die man dann hier nochmal angucken kann, die sie da oben lang juckelt. Also eine richtig krasse, große Studiotour, wo man echt mal viel zu sehen hat. Definitiv. Da geht es sogar noch hier ins Mittelalter rein. Ja. Und auch immer schön beschrieben hier. Das ist Camelot. Geht es jetzt hier rein. Schöne Ritterkämpfe hier. Sehr cool. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. So stelle ich mir eine Studiotour vor. Die ist richtig groß. Hier sogar noch die Autos von Back to the Future. Wie heißt denn nochmal das Auto da? Der. Der. Können wir das anklicken? Ne. Das hier ist doch Knight Rider, oder? Das ist doch so ein Knight Rider Gefährt. Kriege ich mich auch nicht mit aus. Ach Freunde, mit Autos und so habe ich es nicht. Der DeLorean. Ist es der DeLorean? Ich glaube schon, ey. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Der DeLorean. Aber das hier sind so alte Autos. Alte DeLoreans. So. Autos. Können wir mich mit jagen? Ich habe auch keine Ahnung von Autos. Du weißt, dass sie vier Räder haben und meistens irgendwas, was sie antreibt. Aber das war es auch für mich. Ich bin froh, dass die Dinger fahren. Ich bin froh, dass ich sie fahren kann. Und das war es. Autos interessieren mich einfach so gar nicht. Wirklich so überhaupt gar nicht. Naja. Oh, wir haben einen Twister. Hier haben wir einen Twister. Wo ist der Twister? Da ist der Twister. Das ist ein Twister? Das ist für mich der moderne Roundy. So heißt das Ding. Der moderne Roundy. Double Roundy. Weil der dreht seine Rounds und ist selber nochmal hier ziemlich roundig. Ja. Also das ist der Double Rounder. Der All Round Double Rounder. Den gibt es hier also auch. Das hier ist doch bestimmt wieder ein Ausgang. Ach Gott, Billy. Ne. Das ist ein kleines. Hier kann man mal ein bisschen was kaufen. Und hier jetzt wieder Enkel. Hier steht aber jetzt mal Only Personnel. Service Entry. Was ist denn dein Enkel? Wie weißt du? Ich weiß es doch nicht. Naja. Nicht so schlimm. So. Dann gucken wir mal weiter. Hier. Tower Hotel. Was ist das? Was ist das? Tower Hotel. Was ist das? Ist das? Ist das wieder dieses komische Ding? Sehr schön gefühlt hier. Warte mal. Ich mach mal dunkel. Ich glaube, das sollte man vielleicht eher im Dunkeln machen. Art of Service. So. Das macht da schon mal was mehr her. Was ist das denn jetzt hier? Mit der Tür auf. Was ist, wenn man dazwischen steht gerade? So. Kopf ab. Das ist wieder dieses komische Ding, ne? Weiß nicht. Dieser Aufzug. Dings. Hier. Kann ich mal bitte damit fahren? Freunde. Dankeschön, Antje. Ich bin gespannt, was er hier gefühlt hat. Das ist ja ein reines Themeing-Geschäft. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das hat ein bisschen so ein Fast-Fee-Voll, ne? Also man kriegt schon ein bisschen Fahrgeschäft-Feeling. Aber hauptsächlich ist das natürlich eine Themenfahrt. Und mal gucken, was er hier draus gemacht hat. Ist das denn immer die gleiche Fahrt eigentlich? Oder kann man das auch? Jo. Jetzt geht es hier leider durch eine Tür durch. Wir sind so ein bisschen, ja. Hotel hat er ja gesagt. Da sind auch Räume. Und dann geht es hier in den Elevator. Leider wieder die Tür zu. Und dann stürzt der Elevator ab, oder was? Geht es jetzt gerade nach oben oder unten? Nach oben, ne? Noch eine Station nach oben. Aber die Tür geht irgendwie nicht auf. Und dann stürzen wir doch ab. Aber wie tief. Ich blick dieses Ding nicht, ne? Mir geht auch gerade nichts auf. Also er hat nicht so viel gefeamt, glaube ich. Normalerweise kann man sagen, das geht jetzt auf und man sieht irgendwas. In dem Fall ist es fast wirklich keine Themenfahrt, sondern eher ein Freefall Tower. Geht nochmal nach oben. Ja, das ist dann nichts. Also wenn man da nicht teamt, finde ich, dann ist es nichts. Also dann kann man sich das Ding auch sparen und einen wirklich richtigen Freefall Tower einfach bauen. Weil das ist ja wirklich dafür da, dass die Leute was sehen. In dem Fall sehen wir halt einfach nichts. Oder das ist noch nicht fertig. Oder einfach nur ein Joke. Jetzt geht es nochmal nach oben. Ja, Leute. Ne, ich steige jetzt mal hier aus. Das brauche ich mir ja nicht geben. Da ist nichts hinter, oder? Ne. Da ist halt einfach nichts hinter. Das ist natürlich schade. Also dann kann man sich den ganzen Ride einfach sparen. Das ist halt wirklich nur ein Aufzug, der Joren runterknallt. Das muss dann einfach nicht sein. Das ist natürlich hier ganz schön. Von außen ist es schön gemacht. Das sieht ganz cool aus. Von innen macht das wirklich überhaupt keinen Sinn. Tut mir leid. Aber okay. Muss ja auch mal was nicht so cooles geben. Und dieses Teil finde ich jetzt nicht so cool. Dieses Tower Hotel kann man besser machen. Und was haben wir hier? Up. Disney ist Up. Wahrscheinlich. Ja, das ist das. Ach, wie geil. Das haben wir doch schon mal gesehen. Hat er das selber gebaut oder gibt es das im Workshop? Weil ich meine, das hätten wir schon mal gesehen, dieses Haus. Das ist das Up-Haus. Mit den Balloons. Die massenhaft Balloons, die das dann hochziehen. Sehr, sehr schöner Film. Ein sehr, sehr wöhnungsbedürftiger Anfang. Oh Gott. Ich darf mich dran denken. Aber sehr, sehr cool gemacht. Hier schön mal Up reingebaut. Schön Disney. Radius. Alter, das ist auch das größte Riesenrad der Welt. Das ist auch krass. Das ist ein krasses Gerät. Definitiv. Radius. Hier am Start. Und was haben wir hier? Uitgang. Na klar. Ausgang. Und hier haben wir den Eingang. Wo rein denn? Hier ist der Fastpass. Was haben wir da drin? Irgendwann der Fastpass. Sehr schön gemacht hier mit den Bäumen überall. Sehr grün. Und eine riesen Halle hier vor uns. Bin gespannt, was da jetzt drin ist. Wonkas Fabrik. Aha. Wir sind bei quasi Charlie und der Schokoladenfabrik. Sehr cool. Und natürlich hier riesen Geschenke. Und das finde ich eine coole Themenfahrt. Das ist mal eine neue Idee. Hatten wir noch nicht. Ich kann nicht genug Holländisch, um das alles zu übersetzen. Aber wir kennen ja alle Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich finde das cool, dass er das in dieser Fabrikform gemacht hat. Einfach so eine riesen Fabrik hier hingehauen. Aber ich hätte es mehr unterteilt. Ich hätte mir noch ein paar mehr Wände gewünscht. Sodass man in verschiedene Bereiche vielleicht noch reingeht. Aber ich finde es trotzdem schon mal sehr, sehr cool. Hier irgendwie Falling Machine. Also da wird irgendwas aufgefüllt. Dann hier sind die Ovens. Schön mit großen Plätzchen. Sehr cool gemacht. Also an sich wirklich ein richtig schöner Ride. Also da hat man Spaß. Da hast du richtig viel zu sehen. Das finde ich echt cool. Hier und da ein bisschen abgespaced. Aber das liegt halt auch wirklich an den Sachen, die einem Planet Coaster dann ein bisschen zur Verfügung stellt. Die Wagen finde ich aber auch ganz passend. Finde ich für das Thema. Und hier haben wir die Frieskammer. Die Gefrierkammer. Und da geht es natürlich ins Eis. Hier ist alles gefroren. Schön Eis hier am... Eis am Stiel, sag ich schon. Eis im Hörn. Ich hätte in dem Falle. Hier fliegt langer dann 10 Minuten binnen. Ja, also man soll hier nicht länger als 10 Minuten drin ausharren. Sonst erfriert man eventuell. Das möchte man ja auch nicht. Also sehr, sehr cool gemacht. Die ganze Bahn, wie ich finde. Da hast du richtig viel zu sehen. Fährst hier wirklich richtig durch die ganze Fabrik. Und dann steht hier wieder auf Wiedersehen, denke ich. Top Sienz. Vielleicht noch nie gehört. Warum habe ich das noch nie gehört? Keine Ahnung. Und dann geht es wieder raus. Ja, echt cool. Also ein riesengroßes Fabrikgebäude. Aber auch hier hat er es irgendwie wieder geschafft, dass man es gar nicht so doll sieht. Guckt euch das mal an, wie groß das ist. Richtig krass. Also ein richtig schöner Dark Ride. Toll gemacht. Also der gefällt mir. Charlie und die Schokoladenfabrik. Willy Wonka. Ich hätte mir noch die Gronka Lonkas. Heißen die so? Oder heißt die nur bei Futurama so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die hätte ich mir noch gewünscht. Aber ansonsten. Hier haben wir das Kettenkarussell. Ja, das große. Das war auch ein Oschi, ey. Mein lieber Scholli. Also ich meine, es gibt ja die auch auf dem Jahrmarkt. Und da ist das ein Drittel, die Stange von der Stange hier. Die sind trotzdem so hoch. Und da sind sogar noch mehr dran, glaube ich. Ja doch, da sind auf jeden Fall noch mehr dran. Aber okay. Das ist halt Planet Kosa. Da hat eher nichts mit zu tun. Oh, und dann kommen wir jetzt hier in den Canyon gegen. Ach Gott, endlich mal. Das gibt einen Realismus-Plus-Punkt. Zwei Realismus-Plus-Punkte. Hier eine schöne Stange, die das Raumschiff hält. Nicht einfach mal schweben lassen. Nein. Sehr realistisch. So soll das sein. Sehr cool. Und hier geht es zu The Wild West. Und dann sind wir hier schon wieder komplett in einem anderen Thema drin. Do your business. Wash your hands. Sehr gut. Ach, guck mal hier. Der Disco-Stu ist hier. Und dann auch hier eine große Halle, wo es richtig was zu essen gibt. Ja, und was zu feiern. Sehr cool. Habe ich das? Zeit an. Sehr schön hier. Desperado. Ach, ich liebe auch Wild West Theming. Gefällt mir einfach immer gut. Und ich finde auch, dass die Fabrik jetzt hier im Hintergrund irgendwie nicht schlimm ist. Eigentlich. Also, das gefällt mir. Ach, hier ein schöner See noch dabei. Lake Deserta. No swimming in the lake. Und dann hier führt der Flugcopter entlang. Ach, sehr schön. Was haben wir da oben? Ja, komm, das ist ein Ausgang. Na, hier ist der Eingang. Was haben wir denn hier? Movie World Train. Ach so, hier hält auch nochmal der Parkexpress. Sehr schön. Guckt uns die Station doch nochmal gerade an. Aber die ist wahrscheinlich dann auch hier richtig schön im Wild West Thema. Auch das hat er wieder sehr gut gemacht. Ja, liebe Freunde, ihr werdet euch jetzt wundern. Hier ist ein kleiner Break. Und es ist nicht mehr dunkel, sondern hell. Oder wird gerade hell. Das liegt ganz einfach daran, dass Planet Coaster abgestürzt ist. Mittlerweile zum zweiten Mal während einer Parkshow. Letztes Mal musste ich die ganze Parkshow neu machen. Weil das Pfeil komplett zerstört war, dadurch, dass es abgestürzt ist. Dieses Mal konnte ich zum Glück ein Teil retten. Und kann also hier weitermachen. Wenn das in Zukunft häufiger passiert, während einer Parkshow, dann muss sie ausfallen. Ganz ehrlich. Ich habe nicht immer Zeit, weil gerade war ich bei 40 Minuten ungefähr. Wenn die jetzt weg gewesen wären, wäre sie ausgefallen. Ich bin froh, dass sie noch da sind und ich hier weitermachen kann. Ja, Planet Coaster hat sich ganz drastisch verschlechtert, muss ich sagen. Wir sehen das an vielen, vielen Bugs, die es irgendwie seit geraumer Zeit gibt. Und jetzt offensichtlich auch an Spielabstürzen, die vorher nie da gewesen waren. Und das liegt ja jetzt nicht plötzlich an meinem Computer oder sonst was. Das liegt an irgendwelchen Updates, die Planet Coaster oder die Mitarbeiter von Planet Coaster gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Falls es da irgendwelche Sachen gibt von euch, wo ihr wisst, das stimmt oder was auch immer. Irgendwelche Tipps, dann gebt mir die. Weil so macht das alles überhaupt keinen Sinn. Zum Glück sind, wie gesagt, die 40 Minuten noch da und ich hoffe, ich kann es verarbeiten. Ansonsten sorry für den Break und sorry für den kleinen Exkurs hier während dieser Parkshow. Aber das muss natürlich auch mal gesagt sein. So, jetzt aber weiter hier. Sehr, sehr schön gemacht. Wir haben uns ja kurz vor dem Break hier noch die Station angeguckt vom Parkespress. Und dann sind wir jetzt hier weiter im Wilden Westen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schön gemacht. Und im Wilden Westen an sich gibt es auch Cowboys vs. Aliens. Ja, im Film, soweit ich weiß, in dem ich nie war, den ich nie gesehen habe. Aber, ist das der Eingang? Ja, oder? Aber es ist ein schöner RMC-Coaster, den wir natürlich fahren wollen. Und der gefällt gerade da hoch. Und dann wollen wir... Ach, das war so klar. Er hat natürlich zwei. So, dann nehmen wir doch den und schauen mal, was dieser wunderbare Coaster mit uns anstellt. Ist er smooth? Hat er eine Inversion? Wie sind hier die Proportionen? Geht es hier vielleicht mal ein bisschen steiler runter als die in etwa 45 Grad beim Mega-Hyper-Supercoaster? Wir werden sehen, auf jeden Fall schön hier, wie gesagt, mit dem Raumschiff, dass das an der Stelze ist. Wir gehen hier erstmal schön in die Rechtskurve hinein. Und schauen mal, was dann passiert. Uh, das ist ja fast schon Höhe los. Oh ja, und da geht es hier richtig fein runter. Fast schon 90 Grad und hier wieder richtig schön hoch. Sehr smooth, gefällt mir. Bisschen Airtime hier, minimal. Oh, da ist die Inversion. Natürlich eine schöne Inversion, aber sehr smooth genommen hier das Ganze. Und da geht es hier weiter runter, durch den Wilden Westen. Cowboys vs. Aliens. Gutes Thema, hatten wir so auch noch nicht, gefällt mir. Und hier eine weitere Inversion. Sehr schön gelöst, das Ganze. Sehr schöner Speed. Also die Bahn hier, sehr, sehr fein. Weitere Inversion, auch von der Länge her bis jetzt super. Nicht so kurz wie der Hyper-Mega-Supercoaster. Supercoaster. Oh, hier, schön aus dem Sitz rausgeholt. Ja, die Gefühle. Hier nochmal. Sehr schön, sehr viel Airtime. Schöne Inversion, schöner Speed. Richtig feiner RNC-Coaster. Kommt sogar noch eine Inversion. Alter Späde. Und das alles noch mit dem Speed vom Anfangshil. Sehr schön gemacht. Sehr schön langsam dann hier oben geworden. Sehr toll. Hier weitere Airtime nochmal. Und dann geht es jetzt ins Labyrinth. Sehr schön. Ey, super, super Coaster. Bravo. Der gefällt mir richtig, richtig gut, der RNC. Richtig, richtig, richtig gut. Definitiv einer der besten RNC-Coaster, die wir bis jetzt gesehen haben. Weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Inversionen. Gar nicht mal so ein Riesenlift. Ist schon ein ordentlicher Lifthill. Aber auch wie das hier dann hier so droppt. Mega cool. Sehr viele Inversionen. Sehr, sehr viel Airtime. Und gar nicht mal so viel Platz gebraucht für das Ganze. Wir sehen das hier. Aber dafür recht lange unterwegs. Ja, toller RNC. Tolles Thema hier drumherum. Richtig viel Mühe gegeben. Im Übrigen auch mit dem Canyon, wie ich gerade sehe. Da ist ja wirklich alles... Gut, das wiederholt sich hier und da dann mal. Also das sind schon ein paar große Brocken, die da wiederholt sind. Aber allein das hier sind 3200 Teile, dieser Canyon. Aber er sieht auch einfach geil aus. Man muss es sagen, es sieht mega aus. Und du hast das trotzdem geschafft, auch wenn es hier und da natürlich Sachen gibt, wie hier jetzt, was sich wiederholt. Aber trotzdem sieht es richtig, richtig schön aus. Und es wiederholt sich nicht so sehr, dass man da wirklich direkt im Auge drauf stößt. Und das ist wichtig und das hast du sehr, sehr gut gelöst. Und das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Hier in diesem Wildwestbereich, den du auch nochmal schön unterteilt hast in diesem Canyon. Oder mit diesem Canyon. Dieses kleine Dorf hier in der Mitte. Sehr cool gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut das Ganze. Wildwest-Thema hier. Cool, cool, cool. Das ist auch, glaube ich, in der Sackgasse, oder? Das geht dann nicht nochmal. Hier haben wir sogar noch einen harten Dollhof. Harten Dollhof. Also, hier, schöner, kleiner Irrgarten am See. Natürlich, ja, schön. Ach, der Jurassic Park, da kommt ja auch noch. Da waren wir auch noch nicht drin. Mensch, Leute, was geht ab? So, was haben wir hier? Da geht es rein in den Irrgarten. Und da hinten kommt noch irgendein Unterwasser-Thema. Hier, Popcorn natürlich auch mal. Hier wieder zwischendurch immer so kleine. Hatte auch schön gemacht, dass hier dann dieser Main-Weg quasi dann auch trotzdem noch was von diesem eigentlich abgegrenzten Bereich mitkriegt. Ja, in dieser Form. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Drankautomaten, da gibt es hier zu Trinkele. Und dann hier, das sieht doch auch cool aus. Also, das hat er auch sehr, sehr schön gemacht. Under the Sea. Ja, sehr, sehr cool. Das klingt mir fast schon irgendwie ein bisschen, ah, nee, da gibt es sogar eine Schiffsschaukel, ein Pirat hier. Und das ist allein schon, der Boden sieht cool aus. Da fühlt man sich wirklich wie Under the Sea. Und natürlich hier ganz viele Snacks, ja. Natürlich gibt es auch Under the Sea, eine schöne Fisch-Frikandel. Natürlich. Und das hier alles sehr, sehr cool gemacht. Also, sehr, sehr kindgerecht hier, finde ich. Also, da fühlt man sich wirklich hineinversetzt quasi in den Film. Findet Nemo oder etwa nicht. Ja. Schöne Schiffsschaukel hier. Ach, guck mal, der hier ist auch da. Der Wirbel. Krass. Hier, 64 Kapazität. Krasses Teil. Und, also, das ist echt schön gefilmt hier. Also, wirklich richtig schön gemacht. Mit den Felsen hier und den Fischen. Und auch wieder komplett realistisch. Alle sind auf so einem Stab. Sehr cool. Also, in Sachen Realismus hast du dir echt mal ein bisschen was verdient. Aber auch, natürlich auch schon Abzüge gehabt. Aber trotzdem, dadurch, dass du dir so viel Tolles machst, ist das schon wieder ausgebildet. Sehr cool. Was, jetzt will ich mal gerade gucken. Was ist das jetzt hier? Beauty and the Beast. Was ist Beauty and the Beast? Kann es sein, dass das der Drop Tower ist? Nee, oder? Nee. Das sind die Teetassen. Es sind die Teetassen. Aha. Hier, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Heißt der Tassilo? Irgendjemand heißt Tassilo. Ich habe aber keine Ahnung, in welchem Disney-Film. Und ich glaube, es ist auch eine Tasse wahrscheinlich. Aber egal. Ja. Beauty and the Beast. Wahrscheinlich kommen die beiden Figuren da drin vor. Ich kenne es nicht so genau. Aber hier auch sehr schön der Tower. Wo ist Rapunzel? Auch das Schloss hier im Hintergrund. Sehr, sehr schön gemacht. Also mal wieder ein ganz anderes Thema. Gefällt mir. Und dann gehen wir mal gerade. Nee, das war ja der Weg. Ach Gott, wo ist kommen denn jetzt hier? Ich möchte jetzt irgendwie mal in den Jurassic Park rein. Wir sehen hier die ganze Zeit, dass es da reingeht. Aber ich glaube, da müssen wir dann wieder zurück zum Eingang, um da dann reinzukommen. Hier wieder Versorgung. Also hier gibt es wirklich viel Versorgung. Viel, viel Versorgung. Viele Toiletten. Also dafür ist auf jeden Fall in diesem Park gesorgt. Hier wieder. Was haben wir hier hinten noch? Ausgang Apollo, Apollo. Ach, guck mal. Hier ist einfach noch so ein kleiner Mini-Bereich. Apollo 13. Das ist ja auch cool. Mitten in so einem kleinen Steinbereich. Hier einfach mal hier die Überschlagung Apollo reingeknallt. Warum denn auch nicht? Was ist denn Armageddon? Oh Gott. Dieser Park bietet echt viel. Das muss man mal sagen. Aber wenig Achterbahnen. Wie viele haben wir jetzt? Drei. Drei sind wir gefahren. Ach, guck mal. Hier ist eine Show. Armageddon. Was ist das für eine Show? Ist die drin? Ist die draußen? Was gibt es da? Keine Ahnung. Uh. Okay. Ist das jetzt hier, ist das die Show oder ist das Heimstehbereich? Ich weiß nicht. Geht man hier einfach durch? Das ist der Ausgang. Offensichtlich geht da drinnen die Show ab. Äh. Also vielleicht ist das auch so ein G-Teil, wo man halt viele Sachen, wo man durchgeht halt. Keine Ahnung. Kenn ich jetzt so nicht. Was? Auf jeden Fall. Why not? Ja. Schöne G-Show. Eine G-Show. So. Der Souvenirshop. Ich glaube, jetzt sind wir hier wieder auf der Mainstream. Gehen jetzt mal in den Jurassic Park. Da wollen wir natürlich auch rein. Ob es da noch eine Achterbahn für uns gibt? Wir wissen es nicht. So. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein schönes kleines Kinderkarussell. Auch sehr, sehr schön. Und natürlich der Freefall Tower dann hier. Auch sehr cool. Und dann haben wir hier den Venetian Karussell. Ja, das haben wir gerade gesehen. Uh. Und da hinten haben wir den, den, den Schwing-Ding. Dings. Den Schwing-Ding-Dings. Ja. Mit den Flugzeugen. Was ist das da? Da ist doch irgendwas. Was ist das? Was ist das? Jurassic Ride. Also doch ein Achterwagen hier. Sehr gut. Und hier wieder leider diese Betonklötze irgendwie. Und der Viewing Tower. Was ist der Viewing Tower? Wie ein Riesenklotz. Also. Ja. Das ist aber nicht schön. Das ist nicht schön. Das muss man sagen. Ja. Movie World Train hält hier auch im Jurassic Park. Sehr gut. Gucken wir uns mal die Achterbahn an. Die interessiert uns natürlich am allermeisten. Ist wahrscheinlich hier wieder da. Ja. Hier war ja der Eingang. Gut. Dann gehen wir halt hier rein. Ah. Da ist er doch. Da ist er doch. Ah. Wobei ich hier sagen würde. Ist okay. Weil. Du hast so viel hessischen Beton. Da fallen die Dinger halt auch nicht auf. Aber trotzdem. Lang nicht mehr gesehen. Aber heute dann doch nochmal. Die Betonklötze. Nicht verdeckt. Oh. Fahrt doch nicht ohne uns. Wartet auf uns. Oh. Das ist ein Beschleuniger hier. Ein kleiner Beschleuniger hier. Schauen wir uns das Ding mal an hier. Schön durch den Jurassic Park. Hat sogar ein paar Dinos modelliert. Neht so ein bisschen komisch aus. Aber warum nicht. Oha. Und dann richtig schön. 90 Grad runter. Fein. Also sehr smooth hier. An den Dinosauriern vorbei. Guck dir die Dinger an. Sehr cool. Aber gut. Das ist halt wieder Planned Coaster. Wieder abgestützt. Nehmt speichert. Vorbereitung. So. Da geht es hier. Schön hoch und runter. Bisschen Airtime hier. Ich glaube man fasst schon. Das ist wieder so ein kleiner Familiencoaster. Das ist jetzt nicht so ein Riesenteil. Man hat ihn ja auch von außen gar nicht gesehen. Und hat auch keine Inversionen. Sondern geht hier schön ein bisschen Smoothie-Dousie durch den Jurassic Park Tour. Yeah. 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 Und wir werden abgebremst. Und man kann sich hier wirklich. Das ist ja fast schon eine kleine Jurassic Park Tour. die wir uns hier liefern. Sehr cool. Und dann geht es wahrscheinlich wieder in die Station. Gefällt mir. Kann man machen. Also wirklich. Das ist ja wirklich ein Familienkurs. Also klar. Der Anfang. Der ist ordentlich. Wenn man da beschleunigt wird. Und dann diesen steilen Abhang runter. Aber. Der Rest. Definitiv machbar für eine Familie. Würde ich sagen. Mit kleinen Childs. Childs vor allem. Children. Das lernt man in der Erstklasse-Brillie. Dass das nicht die richtige. Der richtige Plural von Chill. Child ist. Was haben wir hier? Das Visitor Center. Da kann man doch nicht richtig reden, Leute. Wir haben hier ganz spät am Abend irgendwie. Also das dürft ihr mir jetzt nicht übernehmen. Was ist denn das Visitor Center? Das ist wahrscheinlich so ein Ding auch im Jurassic Park, ne? Aha. Informationen. Toiletten. Sanitäranlagen. Ai, ai, ai. Natürlich. Gibt es da hinten noch was zu kaufen? Ja. Aber hallo. Die Snackbar. Natürlich auch. Am Start hier. Also auch ein großes Gebäude. Finde ich ein bisschen wieder. Das finde ich wieder ein bisschen zu klobig. Das sieht irgendwie. Und das ist auch komplett sinnlos. Hier das Dach. Weil das sieht man ja von innen nicht, oder? Naja. Das ist komplett sinnlos. Dieses Dach. Ich weiß halt nicht, ob das an Jurassic Park angelegt ist. Ob das da so aussieht. Und das ist auch nicht richtig drauf. Da vielleicht nochmal Hand anlegen irgendwie. Und ich würde es halt anders aussehen lassen von außen. Oder zumindest versuchen. Aber ansonsten Jurassic Park auch sehr, sehr gelungen. Schöne Achterbahn drin. Schöne kleine Karussells hier drin. Sehr cool. Und ich glaube, dass wir dann in diesem Park alles soweit gesehen haben. Wir gucken uns das nochmal von oben an. Also relativ groß tatsächlich. Hat auch sehr lange geladen. Und wir sehen auch richtig schön alles natürlich beleuchtet. Ach. Und also wirklich viel zu sehen. Und schön. So, Leute. Das Ding ist wieder abgestürzt. Sehr cool. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, gerne zu mir. Ich bin jetzt ein bisschen abgefuckt. Weil ich muss ja immer den Park auch wieder neu laden. Was mega lange dauert. Nochmal zu diesem Park. Er ist wunderschön. Er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe jetzt keinen Bock, noch einen Absturz zu provozieren. Deswegen komme ich jetzt zum schnellen Ende. Es wird jetzt keine goldenen Narren geben. Ich sage jetzt einfach schnell. Realismus. Du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben, es realistisch zu halten. Ich finde es sehr, sehr realistisch. Wie gesagt, hier der Berg. Den finde ich unrealistisch. Deswegen würde ich dir einen neuen geben. Und hier, das finde ich auch unrealistisch. Das ganze Fahrgeschäft im Übrigen. Neun trotzdem. In Sachen Fahrgeschäfte. Du hast echt viel. Man kann hier wirklich viel, viel machen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es nur so wenig Achterbahnen wieder waren. Weil wir ja in den letzten Parkshow auch schon so wenig hatten. Aber gut, das ist halt einfach so. Bei Sachen Fahrgeschäfte würde ich dir auch einen neuen geben. Da gibt es echt richtig viel zu machen. Achterbahnen. Die, die da waren. Ich finde die hier, wie gesagt, für einen richtig krassen Megacrosser. So ein bisschen zu läppsch. Dass er auch so hoch geht und dann trotzdem nur so läppsch ist. Hier, der RMC war mega geil. Die hier ist so ein Mittelmaß. War okay. Und die hier ist nicht wirklich bewertbar. Deshalb bei Achterbahnen würde ich dir jetzt einfach mal sechs geben. Sechs von zehn. Spaß hatte ich mega viel Themen. Theming natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Theming würde ich dir neun geben. Also viele Sachen sind echt schön. Ich würde mir wünschen, dass du hier die Betonbauten vielleicht noch ein bisschen schöner machst. Oder anders machst. Und wie gesagt, was war da noch? Da war noch irgendwas. Aber das ist alles Makulatur. Also du hast dir echt viel Mühe gegeben. Hier auch das Kinderland, in Anführungsstrichen Kinderland, das Unterwasser-Under-The-Sealand. Richtig, richtig schön. Hier der Canyon, mega geil. Also da hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Und deswegen neun von zehn und Sachen Theming. Insgesamt kriegst du von mir acht wegen mir. Acht. Spaß hatte ich natürlich wieder mega viel. Ich verabschiede mich jetzt von euch und muss gucken, wie es weitergeht mit der Parkshow. Weil wenn das immer abstürzt, da habe ich echt keinen Nerv drauf. Weil ich jetzt auch die Pfeils zusammenschneide. Es ist auch, es hat euch nichts anzugehen. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss. Macht es gut. Euer Brehling. Bis dann.